Lämmer. Die Lämmer haben geschrien. Die wurden geschlachtet, die Frühlingslämmer? Die Lämmer haben geschrien. Und sie liefen fort? Nein. Zuerst versuchte ich sie zu befreien. Ich öffnete das Tor zu ihrem Gehege, aber sie wollten nicht weglaufen. Sie standen nur da, ganz verwirrt. Sie wollten nicht wegrennen. Aber sie konnten wegrennen und taten es auch, nicht? Ja. Ich nahm ein Lamm mit und rannte davon, so schnell ich konnte. Wohin wollten Sie, Kleris? Ich weiß es nicht. Ich hatte nichts dabei. Nichts zum Essen, nichts zum Trinken und es war bitterkalt. Bitterkalt? Ich dachte, könnte ich doch wenigstens eines der Lämmer retten. Aber es war so schwer. Es war so schwer. Nur einige Kilometer kam ich weiter. Dann griff mich der Sheriff auf. Der Rentscher war außer sich vor Zorn, deshalb schickte er mich ins Waisenhaus nach Boseman. Ich war nie wieder auf der Rentscher. Was wurde aus Ihrem Lamm, Kleris? Er tötete es. Sie wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Die Lämmer wachen auf im Dunkeln und hören die Lämmer schreien. Ja. Und Sie glauben, wenn Sie die arme Catherine retten, dann würde all das aufhören? Sie glauben, wenn Catherine lebt, würden Sie nie wieder im Dunkeln aufwachen durch dieses grauenhafte Schreien der Lämmer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Danke, Kleris. Danke.